Was mehr als ein Jahr nachdem der Krieg in der Ukraine, deren Wirklichkeit bereits 2014 begonnen hatte, mit der russischen Militäroperation eskalierte, ist es ganz klar, dass das eigentliche Problem nicht die Ukraine ist. Es ist ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA, Großbritannien und der NATO auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite, wobei sich auch ein Konflikt mit China abzeichnet. Das eigentliche Problem ist, dass die Nationen des globalen Südens versuchen, die koloniale Ordnung abzuschütteln, dieses Mal für immer, und sie sind jetzt die globale Mehrheit geworden. Die Geschichte ruft euch auf, eure Ideologien zu überwinden. Sie verlangt eine neue Ära für Frieden und Entwicklung. Andernfalls, wie der Präsident von Weißrussland kürzlich warnte, würde dank der Bemühungen der USA und ihrer Satelliten dieser entfesselte, umfassende Krieg in einem Nachbarland bis hin zum letzten Ukrainer geführt werden. Der Dritte Weltkrieg mit nuklearen Bränden zeichnet sich am Horizont ab. Deshalb sollten Sie sich für die Schiller-Institut-Konferenz am 15. und 16. April anmelden, um einzugreifen und den Lauf der Geschichte zum Besseren zu wenden. Der Dritte Weltkrieg mit nuklearen Bränden zeichnet sich am 15. April anmelden, umfassende Krieg in einem Jahrzehnt. Der Dritte Weltkrieg mit nuklearen Bränden zeichnet sich am 19. April anmelden, umfassende Krieg in einem Jahrzehnt. Untertitelung des ZDF, 2020